Hallo, hallo, hallo. Heute wieder eine neue Ausgabe vom Sportvlog aus meinem Trainingskeller bei mir daheim. Ich werde ein bisschen den Boxsack bearbeiten und ein paar weitere Workout-Übungen machen. Ihr könnt dabei gucken und nachmachen. Also, los geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war nochmal eine Bizetsübung mit vier Kilo Gewichten und anderthalb Kilo an den Handgelenken, das heißt fünfeinhalb Kilo. Das war nochmal okay. Das war mein heutiger Sportvlog. Ich kann mir viel sagen. Also, nachmachen. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.